Die Westminster-Glocken läuten schon das erste Mal. Und wenn die Glocken von Westminster zum dritten Mal läuten, und das wird um sechs Uhr sein, müssen wir ihn gehängt haben. Du bist eine Verbrecherschlampe geworden, ja? Das ist ja schön. Es ist angenäht. Gegen mich liegt ein Scott, denn der hat gar nichts vor. Ja, gestern vielleicht nicht. Aber heute liegt plötzlich unwoche ja viel vor. Will man die Hobbs nehmen? Was? Aus welchem Text? Wo die Krönung bevorsteht? Wenn ihn meine Leute nur nicht erwischen, dass er Gott war. Ich wollte erriten über das Moor von Highgate und Dächter an seinen Armen weg. Die Glocken waren noch nicht verknüpfen und Mackie Messer sah es bei seinen Huren im Turnbridge. Die Huren verraten ihm, es ist Donnerstagabend. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, Doch das Messer sieht man nicht. Ein falscher Freund, ein falscher Freund, ein falscher Freund, ein falscher Freund, ein falscher Freund. Mackie, Sie haben ihn wieder gefangen. Denn die einen sind im Dunkeln Und die anderen sind im Licht Und man sieht die im Lichte Die im Dunkeln sieht man nicht Und der da ist das passiert. Und erinnert er людям. Glückwunsch und Lieg Aber es steht aber Und es ist also ein comparedes